So, damit herzlich willkommen zu dem nächsten Part von The Escapist. Diesmal am Start der gute alte Nier. Jetzt habe ich seinen Texte geklappt. Ja, alles klar, alles klar. Ist ja kein Problem. Es muss ja nicht immer sein, dass ich die Begrüßung mache. Aber immerhin ist es hier ja ein Partnerprojekt, was wir hier am Start haben. Nun, geile Sache. Du musst mal das dir reinziehen. Ich habe hier so einen Sack von niemandem und ich kann den tragen. Aber ich kann mit dem nicht raus. Also hast du den gerade in der Hand, oder wie? Genau, ich kann ihn so tragen. Ah, du bist gerade in den Duschen, gell? Nein, ich bin in meinem... Ah, Arbeitszeit. Ich verstehe nicht, wie... Dieser Text geht immer so schnell durch. Oh, ich habe hier noch das Skype-Fenster offen. Ah, da bist du. Ich sehe es. Ja, Swag. Da steht einfach Swag drauf. Swag, ja. Heute Sack von niemandem, ja. Gut, okay. Ah, ich kann raus. Okay. Also... So, was schlägst du vor? Was tun wir jetzt? Also, ich schaue mal schnell auf der Karte, ob es zufällig wieder irgendein Wärter anzeigt mit einem Schlüssel. Ist aber nicht so. Ach so, du bist auf die Map, ne? Ja, ich gehe jetzt mal schnell zu gucken. Hier hinten ist, äh, ich glaube hier genau ein Wartungsraum, wo wir nicht reinkommen. Ja. Da würde ich aber gerne irgendwie reinkommen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal ein bisschen Gegenstände sammeln, um ein paar Sachen zu craften. Okay. Man kann hier Spitzhacke zum Beispiel craften. Da braucht man ein Klebeband, eine Brechstange und... Und... Ja, als ob ich eine Brechstange finden hier irgendwo. Ähm... Ne, also wir müssen auf jeden Fall mal... Wieso habe ich denn... Ich kriege immer automatisch Sterne. Du auch? Ja. Weil wir nicht duschen. Ist bei dir ja nichts Neues, aber... Ah, halt die Fresse. Okay. Duschzeit, komm. Komm, komm. Ich geh duschen. Ah, ich muss ich zahlen, ja, dann geh ich duschen. Da müssen wir... Aber du musst zweimal, ne? Weil dir hilft duschen gar nicht mehr. Okay. Ja, wenn du hier neben mir stehst, dann, ja. Ähm... Ey, das ist meine Dusche. Ja, zu spät, zu spät, Mann. Ja, ja, ich geh besser raus aus meiner Dusche. Ich geh kurz in deine Dusche, kack, ne? Ey, hier ist, glaube ich, wirklich ein Kackhaufen auf dem Boden. Guck mal hier, was ist denn das? Das könnte echt kacke sein. Nein, da sind so kleine Fliegen oder so. Oh, ja. Sieh, nix, konntest du dich nicht zusammenreißen, ne? Ich meine, die Toiletten sind ja nicht weit. Da musst du nicht hier in der Dusche reinkacken. Man kann ja kacken, wo man wäre, das ist ne freies Land. Ja, ist gut. Wie deine Wohnung, ja? Ah, das ist gut. Wie diese Mandarinenchen. Ja, Mandarinen-Scharfer, wie soll man die auf Deutsch? Ja, ja, doch, das sind Mandarinen. Doch, das sind Mandarinen. Also, ich gucke jetzt mal ein bisschen in den Pult. Hä? Irgend... Der Polizei. Öh, was hab ich gefunden? Eine Schraubenzieher, Nägel. Ist eigentlich nicht schlecht. Oh, wie die alle springen zu diesen Armenprozessen. Was kann ich mit dem Schraubenzieher dann machen? Inventar nutzen, Wähler und... Ah, ne, das bringt... Zeig mal. Oh, ich werde geschlagen. Ah, nein. Ich war nur im Mitten-Gefecht. Das geht nicht. Hä? Hä? Ah, wieso schlägt der mich? Ich hab doch gar nichts getan. Das ist doch grün. Ich muss doch hier... Wie kann ich denn, wenn das grün ist? Ich muss mal schnell in den Einstellungen gucken. Bei der Tastenbelegung. Äh, düdüdüdüdü. Steht mir nicht weg. Komm jetzt, rette mich. Öffnen. Primäre Interaktion E. Doch, das müsste aber schon mit E sein. Tragen, zielen. Oh, da ist sogar ein Hund. Bei diesem Abendbrot. Oh, ich muss zum Abendbrot. Du sagst das. Scheiße, wo muss ich denn? Ja, jetzt ist schon vorbei. Jetzt ist Freizeit. Ah, ja, dann ist gut. Dann ist wieder egal. Ey, ich hab da ein Messer in der Hand. Ich glaube, ich kann mit dem jemanden abstechen. Probier's mal. Wie kann ich das denn? Oh, das Sam greift mich an. Irgendwie muss ich doch da... Ich hab den Schraubenzieher. Und jetzt kommt so ein kleines... Wie so ein Fadenkreuz kommt jetzt. Ich kann anscheinend irgendwas mit der Wand machen. Ah, dieses Vierecken. Genau, dieses Vierecken. Es ist eigentlich sonst überall rot, aber wenn ich auf die Wand gucke, wird's grün. Ich hab einen Schraubenzieher. Aber ich kann anscheinend nicht viel mit dem grad machen. Was kann ich denn überhaupt allgemein mit einem Schraubenzieher zusammenbauen? Ah, Mann. Ein Buller jagt mich die ganze Zeit. Ja, komm. Ich bin Ruhe. Öh, da hat... Ey, da verlieren Leute Sachen. Ich hab da im Mittagsraum etwas gefunden. Liegt auf dem Boden. Okay. Es ist... Tuber-Künstler-Farb. Ah, das ist, wenn du so... Keine Ahnung, wofür das ist. Ja, wot... Das bringt ja nichts. Ich kann ja mit dem Schraubenzieher nicht viel machen. Ich dachte, ich könnte mit dem... Ja, okay. Komm doch mal hier zu mir, zu meinem Pult. Ich hab da mega viele Sachen in dem letzten Tag gesammelt. Und vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Geh mal weg. Damit ich bei dir reingucken kann. Ja, du musst mich schon rein. Schauen wir mal. Zahnseide. Ne, nicht unbedingt. Guck mal hier, ich geb dir mal so einen Schraubenzieher. Ja. Ähm. Oh, nein, ich wollte mit dir reden. Ja, kein Problem. Warte mal, wie kann ich das denn nochmal abwerfen? Nein. Hab ich dich jetzt geschlagen? Du hast mich One-Kill gemacht. Mit einem Schraubenzieher? Ja. Ich dachte, du wolltest mit mir ausbrechen und nicht mich umbringen. Ah, gut. Ich hab Schraubenzieher bei dir auf den Boden gelegt. Muss mal gucken. Ey, dort oben schlagen sich Leute mit dem Hammer. Ich geh mal versuchen, einen Hammer zu klauen. Hier, diese, die springen hier. Der mit der Axt hier. Hä, wer hat da einen Hammer? Hier oben. Aber schlag ihn nicht, da ist eine Bulle. Das ist kein Hammer, das ist... Ja, jetzt ist ja jeder Bulle da. Geh weg, du Bulle. Nein, 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 der klaut den Schraubenzieher. Nimm dir den, nimm dir den. Ah, jetzt hat der... Ah, scheiße. Der Polizist hat den Schraubenzieher genommen. Da hab ich aber andere Sachen genommen. Ich hab jetzt... Ein Fächer. Ein Baseball. Wir müssen irgendwie... Müssen wir doch jetzt... Probieren. Ah, jetzt hab ich eine Pfeile gefunden. Klebeband. Pfeile. Schau mal, was ich hab und probier auch mal, was zu craften. Ein Moment. Ich guck jetzt erstmal noch in den anderen Spinden hier, was die so reinlegen. Das Coole ist, von Tag zu Tag tun die Leute unterschiedliche Sachen rein. Heute sind die Leute ziemlich aggressiv, ey. Die prügeln sich windelweich, ja? Okay. Was haben wir denn hier? Ein Baseballschläger. Wow, shit. Alter. Das bringt ja nicht wirklich was. Klebeband... Mit einer Pfeile müsste ich doch eigentlich... Nein, warte mal. Ist schon krass, wenn du dich wehrst. Also so blockst. Kannst du ziemlich viel aushalten. Du kannst auch auf das Maut... Oh, nee, das ging nur mit dem Schraubenzieher. Komisch. Naja, egal. Was kann ich denn mit der Pfeile machen? Waffe, Zutat, Werkzeug. Da krieg ich nicht viel. Du willst eine Menü-Krüse machen, oder was? Nee, nee, ich weiß noch nicht, was ich bauen möchte. Aber ich bin... Ah, wir müssen wohin? Oder nee, ist noch Freizeit. Aber jetzt baut... Ich glaube, jetzt kommt sicher dieses Appell. Ah, ich bin schon da. Ah, ich bin schon weg. Alte Schachtel. Blech. Ich gehe mal schauen, was es so bei den anderen gibt. Vielleicht, ich finde, das muss man wirklich schauen gehen. Bei den anderen haben wir so ein Klebeband manchmal. Ja, da gucke ich auch, ja. Ich bin die ganze Zeit bei den anderen in den Schub... Hä? Was ist denn hier los? Ich denke, ich schätze jetzt mal, mit Klebstoff kannst du mit... Hä? Was ist das denn? Guck mal hier, komm mal her. Wissen Sie? Ich bin ganz oben, wenn ich... Also von der Karte. Also zweiter Etage, oder? Ja, jetzt... Nein, nein, du musst nur nach oben laufen jetzt. Okay. Ist ja cool. Ja? Hier, guck mal, ich kann auf den Tisch draufsteigen. Muss nur draufdrücken, gedrückt halten. Und dann siehst du die Lüftungsrohre. Ah. Aber ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Vielleicht können wir da... Vielleicht gibt es so eine Art Leiter oder so. Wenn wir eine Schu... Wenn wir... Oh, wir müssen in unsere Zelle. Oh shit, ich bin bei dem drin. Wir müssen in unsere Zelle, sonst kriegst du Probleme. Wir hatten eine Batterie. Da kann ich meine Sachen wenigstens abladen. Oh, wo war denn nochmal meine Zelle? Hier unten. Wo bist du? Ich bin hier. Die ist oben links. Ah ja, genau. Du siehst ja dein Hausdach. Also du kannst auf die Karte gehen und dann siehst du dein Haus. Oh, das wird knapp. Hä, aber das ist... Das ist dein... Nee. Hä? Ich komme hier aber nicht rein. Ich komme nicht in die Zelle rein. Die traurig sind doch rechts. Rechts. Rechts oben. Alles rote. Die ist das blaue. Oh, scheiße. Ich habe jetzt sehen sie nicht. Schafft das, Leute? Schafft das? Ich sehe ihn. Ich sehe ihn schafft das. Ja, aber der Zelle... Ah ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh, er hat es geschafft. Da ist der. Da ist der. Ich tue mal ein paar Sachen ablagern. Du kannst ja meine Swag-Tasche holen, ja? Das ist gut. Immer schlafen, da geht dir die Zeit schneller. Ah ja, genau. Entschuldigung, ja. Also. Du warst doch nicht dusch, musst du nicht schlafen, ja? Was? Können wir aufstehen? Ja, gell? Nee, schlafen noch erst bis sechs. Denkzeit. Um sieben, um sieben. Kann ich auch bei mir auf den Tisch drauf springen? Ja, das geht auch. Ich schaue mal, was passiert bei mir. Schau mal, gibt es Ihnen doch nicht so etwas wie eine Leiter oder so? Oder irgendeine Kiste. Wir müssen zum Appell noch. Einer hat versteckte Kisten gehabt. Ja, ich habe auch einen gesehen. Der war hier oben gewesen. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich kann jetzt eine Halte. Nein. Halt schon. Wieso sieht man... Wir bräuchten... Eine Schere brauchen wir, um... Ich habe jetzt ein Poster gebaut. Was finde ich denn noch? Ein Besen? Ja, nee, das bringt nicht viel. Was haben wir hier? Hier, alte Schachtel. Eine Tasse Zucker... Zuckerkissenbezug. Ja, aber die Schachtel kann ich nicht benutzen. Das bringt nichts. Was haben wir hier? Gegenstände runterspülen. Durchstückszeit. Oh, da muss ich auch hin. Oh, da haben sich wieder zwei geharrt. Was haben wir denn hier? Ich habe hier Blechmittel. Fächer. Oh, du wirst sogar angegriffen, wenn du... Wenn du Sachen klaust. Nein, ich habe jetzt Items. Na, shit. Hast du gute Items. Oh, drei Polizisten, Mann. Ich habe nur etwas geklappt. Oh, diese Sposten, ey. Ich denke, wir müssen... Oh, ich habe mein Items noch. Ich habe es ja noch. Ich habe es ja noch. Ich habe es ja noch. Ich habe Draht gefunden. Ich finde eigentlich recht. Ich habe eigentlich recht viele Sachen, finde ich. Ah, mich greifen die Polizisten ja nicht an, weil ich ja die normalen Kleider habe. Ah, du hast sogar ein verstecktes Fach. Ich habe das. Weißt du, wie man Sachen in das versteckte Fach legen kann? Nee. Wüsste ich jetzt nicht. Wüsste ich nicht. Scheiße. Zeig mal bei den Crafting-Sachen. Ja, wo... Ah, eine Schere. Hier, eine Schere. Was brauche ich denn dafür? Oh, 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 oh. Ich habe schon Zutaten, um eine Schere zu bauen. Und mit der kann man nämlich Gitterstäbe zerschneiden. Also, warte mal schnell. Das kann ich... Du musst immer bei den Crafting-Sachen... Genau. Nagellack, Zahnpasta. Du musst bei den Crafting-Sachen immer zuerst auf plus 40 gehen. Und dann kannst du dann danach aufpassen bei plus 60. Oh, super. Schau mal, was es hier gibt. Klebeband habe ich schon. Ähm, genau. Klebeband brauchen wir auch. Ich gehe jetzt mal in meine Zelle und tue mal ein bisschen basteln jetzt. Weil ich habe einiges zusammengesammelt. Du musst halt aufpassen, wenn die Polizisten deine Zelle durchsuchen. Die nehmen die ganzen Sachen raus. Da ist einer in meiner Zelle. Will der mich verarschen? Oh, ich komme. Ich komme. Ich komme. Oh, shit. Der bringt mich noch um. Nein, ich komme. Den schaffe ich. Wer, wer? Den schaffe ich. Ja, ja, den packe ich. Ja. Und ich habe ihn aus. Einen Baseballschläger. Ja, kannst du das Zeug haben. Also, schauen wir mal. Ich gehe jetzt mal an meinen Pult. So. Pfeile und Kleberolle. Kleberolle, glaube ich. Brauche ich. Ich schaue nochmal nach. Ne, zwei Pfeilen brauche ich. Ich brauche noch eine Pfeile. Pfeile habe ich vielleicht. Schau mal kurz. Ich bin aber nicht sicher. Ich glaube, von Tag zu Tag haben die Leute andere Sachen in ihren Kisten. Äh, in ihren Tischen. Also, du hast deine Zelle. Ne, Jenkins. Das passt nicht. Ich habe herausgefunden, wie du das in ein verstecktes Fach reinnimmst. Wie denn? Du musst die rechte Maustaste klicken. Kannst du das in die versteckte, in das versteckte Fach legen. Okay. Ich glaube, das finden sie da nicht. Das ja versteckt ist. Verstehst du? Versteckt. Jawohl. Versteckt. So. Nägel habe ich noch gefunden. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Bücher. Ja, Samen. Ich brauche unbedingt noch eine Pfeile. Hast du Papier? Ne, das brauche ich nicht. Samen, Papier. In der Pfeile. Ja. Wo gibt es die? Hier haben wir Instrumente. Ne, da brauche ich nicht. Hab du es gesagt, der Besen ist richtig stark, ne? Ja, der war richtig stark. Den nehme ich gleich mal. Öh, was ist das denn hier? Können wir hier? Ne, kann man aber nichts machen. Was haben wir jetzt? Mittagszeit. Mittagszeit. Bisschen Keks? Nö, brauche ich nicht unbedingt. Was ist eigentlich das hier? Der ist wahrscheinlich auch 10 Jahre alt. Alarmierung. Wie kriegen wir denn nochmal eine Pfeile? Ich habe die vorhin, glaube ich, einfach in einem Spind von einem gefunden. Ich bin jetzt auch ein bisschen durchgewühlen. Ja. Ich schau mal die Aufträge an. Vielleicht gibt es auch nicht nur Geld. Vielleicht gibt es mir auch etwas. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Aber ich glaube, meistens geben die doch nur Geld, gell? Aber gibt es nicht sogar einen Händler hier? War da nicht so was, so ein Typ, bei dem du Sachen kaufen konntest? Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr. Ah, das musst du unterwegs. Wenn es fertig ist, Mittagszeit, kannst du sie einfach ansprechen. Ja. Ich glaube, die ohne Münzen, die handeln. Alter Schachtel. Arbeitszeit. Hey. Zur Arbeitszeit müssen wir hoch. Ich gucke mal im oberen Stockwerk, ob ich hier irgendwas finden kann. Ich muss kurz einen Verprügeln gehen, damit ich ein bisschen Geld habe. Und dann kriege ich gleich weiter ein bisschen Scham, was es so gibt. Ich nehme mal an, wenn du Jobs annimmst, kannst du auch an Werkzeug herankommen, weil da kommst du ja auch in diese speziellen Räume rein. Zum Beispiel, wenn du Reinigung machst, dann kommst du auch in die Kammer, in die Wartungskammer. Was, brauchst du Eisenstange? Die kann ich auch gut gebrauchen wahrscheinlich. Ich brauche aber Pfeile. Ich kann eine kaufen. Ah, shit. Hey. Was denn? Ich habe mit jemandem handeln wollen und da hat mich einfach der Polizist angegriffen. Okay. Den schlage ich jetzt grün und blau. Komm jetzt. Ja, du kannst ja, okay. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ja, ich habe einen Wachmann geschlagen. Der hat einen Schlüssel. Der hat einen Schlüssel. Wo, wo bist du, wo bist du? Jetzt muss ich aber weg. Ich muss schnell weg. Du bist unten, oder? Ja, ich muss schnell in mein verstecktes Fach, ich gehe es in mein verstecktes Fach legen. Hast du einen Schlüssel? Ja, ich habe ihn, ich habe ihn. Oh, krass, okay. Ich muss aber schnell verstecken, weißt du? Sonst nehmen sie ja einen weg. Aber shit, wie nehme ich das weg? Ich schmeiße dich etwas weg. Ich schmeiße, du musst mit Recht, äh, ähm, Control und dann rechte Maustaste gedrückt halten. Wenn du im Inventar auf was drauf drückst. Ah, super, super, super. Was ist denn jetzt los? Oh, shit. Oh, gleich noch geschafft. Gott, geschafft. Ja, aber sie suchen mich ja jetzt. Aber ich habe es versteckt. Wo ist denn nochmal meine Zelle? Ah, hier oben. Oh, shit, war das knapp, Alter. Da ist schon wieder einer in meiner Zelle. Hä? Nein, der greift mich an. Oh, es ist mir nur Hunde. Keine Chance, ich bin weg. Scheiße. Ich habe es wirklich geschafft, es in den versteckten Fach zu legen. Und ich glaube, sie kommen hier gar nicht recht. Ah, der Hund sucht nach dem Schlüssel, siehst du? Ah, das ist es nicht, aber bei mir ist der Hund in der Nähe, der den Schlüssel sucht. Jetzt kommen sie wahrscheinlich bei mir rein. Ah ja, guck, der Hund sucht den Schlüssel, ja. Ja, er konnte zu mir. Nee. Findet er den Schlüssel? Hast du gesehen? Du musst den Hund kaputt schlagen. Okay. Weil er geht... Oh, oh. Oh, das war knapp. Hast du es noch geschafft? Warte, schau. Hab das jetzt genommen? Nein! Das ist ein scheiß Hund, ey. Also, Nia, pass auf. Wenn du in deiner Zelle bist und der Hund reinkommt... Ja. Mach ihn kaputt. Okay. Schlag ihn kaputt, weil er hat jetzt trotzdem den Schlüssel. gefunden, obwohl ich es im versteckten Fach drin hatte. Okay. Also, wahrscheinlich finden die Polizisten nur nicht den Schlüssel im versteckten Fach, aber der Hund schon. Ja, aber wie kann er das schmecken, weißt du? Keine Ahnung. Also, entweder müssen wir uns verstecken und einfach die Hunde zerschlagen. Oder irgendwie... Ich weiß nicht. Sportzeit. Hey! Meine Mission haut ab. Ah, nee. Nee, nee. Da ist noch nichts. Ah, das ist jetzt... Scheiße, ich hab mich so gefreut. Ich hab den Schlüssel versteckt. Oh, ich hol jetzt einen Baseballschläger. Oh, jetzt hab ich einen Baseballschläger, Mann. Da, jetzt geht's ab. Also, wenn jetzt jemand dumm kommt, dann hat... Du siehst doch manchmal, wenn die anderen Häftlinge was sie in der Hand haben. Ja, und wenn du zu den anderen gehst, die haben so eine alte Schachtel am Boden, hab ich gefunden. Ja, die hab ich da abgelegt gehabt. Ach so, von Nero hier. Genau. Lass mal schauen, was der hat. Kissenbezug. Ah, ja, das ist das, was der vorhin erwähnt. Ah, da siehst du auch, was der in der Hand hat. Warte, mir gleich in die Richtung. Wo ist dieser Penner? Lass mich kurz rächen. Öh! Du, ich kann einen Hammer bei dem kaufen. Duschzeiten. Oh, eine Pfeile, der Typ hat eine Pfeile. Yeah. Warte, vielleicht kann man... Der hat eine Pfeile und ganz viel anderes Zeug, weil wenn ich den kaputt schlage, krieg ich das dann? Ich probier's. Ah, hier ist grad ein Polizist, ich muss aufpassen. Jetzt. Oh, und jetzt. Ich hab wieder das Kamerateam gefunden. Oh nein! Nicht auf mich! Nein, 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 nein! Ich hab einen Hammer, den darf ich nicht verlieren! Ich komme, ich komme, ich hab einen Beespauschläger, ich komme runter! Ich geh... ne, ich tu mich in dem Spinnverstecken. Ja, genau. Aber bist du wieder hoch, oder wo bist du? Ja, ich geh jetzt wieder hoch, weil der Polizist verfolgt mich. Die schlagen kaputt, ey. Die schlagen kaputt. Oh! Ne, 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 ne! Rein hier! Okay, super, der sieht mich nicht. Geht der wieder raus? Ich sorg dafür, dass der rausgeht. Warte kurz, bin gleich da. Okay, hab's geschafft, hab's geschafft. Aber der jagt mich jetzt nicht wieder, oder? Ne, tip top. Ist okay, passt schon. Nein, nein, nein! Machen wir den kaputt? Nein, du hast mich auch gekillt! Nimm den Hammer, den Herb! Ne, du hast nichts. Ah, ne, den hab ich in der Hand noch. Ist okay, ich werd ja eh weggetragen hier. Ich hab einen Schlüssel! Geil! Aber jetzt muss ich weg. Ah, weißt du was? Ich geh jetzt in den Spind! Ja, genau. Ja, aber die Hunde finden dich, glaub ich, trotzdem da drinnen. Ich glaub nicht, komm jetzt, Mann. Die können doch nicht alles riechen, Mann. Keine Ahnung. Jetzt furze ich so richtig fest in diesen Spind rein, damit mich dieser verdammte Hund nicht sieht. Na, ich hab den Hammer nicht mehr. Wer ist das denn? Was denn? Ich furze jetzt so richtig fest in diesen Spind rein, damit mich der Hund ja nicht riechen. Vielleicht werde ich dann sterben. Oh, zurück zur Zelle. Ja, weil du den Schlüssel hast jetzt, ne? Ja, weil ich meinen eigenen Furz hier nicht draus bringe. Ja, der Hund kommt zu dir. Nee. Seht er dich? Brauchst du Hilfe beim Kampf? Ja. Schlag ihn kaputt, schlag ihn kaputt. Den Hund kannst du, glaub ich, gar nicht. Den kannst du gar nicht schlagen, den Hund. Aber ich hab das schon mal probiert, denke ich. Das kann doch nicht sein. Oder muss man vielleicht deinen Knocht parat haben oder so? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich hate dieser blöde Hund, ey. Jetzt hab ich so fest gefurzt, ey. So, was hast du denn? Der hat ein Ra... Was, ein Radio? Nee. Ich brauch jetzt entweder noch eine Pfeile. Eine Pfeile wär am besten. Du musst einfach die anderen Typen ansprechen und du siehst so grad, was sie im Event... Was sie grad in der Hand halten. Weißt du, was ich denke? Hm? Ich glaube, du musst den Schlüssel gar nicht verstecken. Ich glaub, du musst ihn holen. Und dort runter so schnell wie möglich. Ja, ich glaub auch. Wenn du den Schlüssel hast, musst du so schnell wie möglich. Schau mal, es hat jeder... Ich glaube, jeder Wachmann hat einen Schlüssel. Das kann... Oh, hier ist wieder der Typ. Oh. Okay, hier ist der Typ mit der Pfeile. Den will ich angreifen. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Als würde er wissen, dass ich hier angreifen möchte. Kannst du mir helfen, den Ash kaputt zu schlagen? Oh ja, sicher, klar. Wo bist du eigentlich? Rechts. Ah, da. Komm mal, komm mal. Oh, wo will denn der hin? Wo ist der, Mann? Ich hab's gleich. Komm schon, bevor ein Polizist kommt. Ja. Yes. Aua. Ich konnte mit dem handeln eigentlich. Und der hatte Pfeile und alles. Aber jetzt hat er nichts. Scheiße. Du hast ihn zuerst geschlagen. Ein Stück Schnur und Betrie. Ja. Aftershave. Ey, weißt du was? Komm, probieren wir doch einen Wachmann hier zu schlagen. Okay. Und dann hauen wir ab. Okay, okay. Wo bist du denn? Unten, gell? Ja. Man kann sogar anderen Geschenken geben. Ich schau mal, wo ist der nächste Wachmann? Hier ist einer bei mir. Hab ihn angegriffen. Bist du auch. Immer schön Deckung, he? Ja. Oh, jetzt kommt noch einer. Ja, jetzt ist scheiße, he? Boah, ist der aggressiv, ey. Nee, der Abschlüssel. Feuerzeug. Einen grünen Schlüssel. Ach so, stein, genau. Jetzt gehen wir mal hier. Nein, geh weg. Nee, geht nicht. Nimm den Schlüssel ans Eins, gell? Hab ich. Und wo wollen wir raus? Hier unten, unten, oder? Hier. Ja, keine Ahnung. Warte, hier. Ja, ich komm jetzt hier rein. Guck, mit dem grünen Schlüssel. Hey, pass mich rein, Mann. Komm, komm, komm. Ah, geht nicht. Okay, du bist ohne mich da. Was hab ich hier? Scheiße. Handel. Geh mal die Maschine anmachen. Ich muss zuerst Postsack rot ausdrücken. Na, verdammt. Aber die machen's ja nichts. Was ist denn das überhaupt? Ah. Der mit dem Schlüssel komme ich nur hier rein. Okay, wir müssen woanders hin. Ja, scheiße. Geh wieder rein, geh wieder rein. Ja, die Hunde kommen ja hier rein. Ich glaub, sie machen dir nichts, gell? Geh mal rein. Ich bewach mal hier das Tor. Die kommen hier rein. Was meinst du, wenn ich den Schlüssel ablege? Ich glaub, das ist besser. Ja. Aber schlag ihn, schlag ihn. Es geht nicht, guck. Man kann die nicht schlagen, die Hunde. Du scheiß Spaß, komm her, Mann. Du verdammt, der blöde Hunde. Okay, jetzt wissen wir aber wenigstens, was wir mit den Schlüssel machen. Falls wir einen roten kriegen sollten, könnten wir hier... Ja, okay. Ah, das ist für die grünen Tore. Genau, die Schlüsselfarbe sagt immer... Genau. Hey, geh weg von meinem Schlauch. Alles deine, Entschuldigung, wusste ich nicht. Wir müssen zum Appell, wir müssen zum Appell. Ja. Harry John, bewegt mich. Ja, ich mach doch. Oh, jetzt kann ich wenigstens gucken, wer was hat hier. Hat irgendeine Pfeile in der Hand? Was denkst du, wer hat deinen roten Schlüssel? Ich glaub, wir müssen so viel sagen. Ja, wir müssen so viele Dinge da abschlagen. Mhm. Aber wir müssen zurück zur Zelle. Ist so gesehen, die Regeln, ja, die zählen nur ab, wenn du... Wenn du, äh, den Schlüssel hast. Ich glaube, sie regeln jetzt nicht damit, den Wachmann abschlägst, oder doch? Nee, ähm, dann nicht. Nee, nee. Aber sobald der Wachmann ins Krankenhaus kommt und aufwacht, sagt er ja, sein Schlüssel ist weg. Und dann kommen die Hunde. Ah, so, okay. Ich geh mal ein Stockwerk hoch und schlag mal so eine Frau Wachmann ab, weil bis jetzt hab ich immer die Männer abgeschlagen. Oh, nee, oh, so ein Bastard. Bei mir war ein Wachmann in der Zelle, der hat mir meine Pfeile und alles geklaut. Hast du das in den versteckten Ding gereinigt habt? Nee. Einfach an den Tisch in das Fach. Hast du gesehen, verstecktes Fach? Äh, nee, hab ich noch nicht gemacht gehabt. Gut, mach's mal, mach's mal dort, dann solltest du es nicht wegkriegen. Also die Aufträge kannst du machen, um Geld zu kriegen und dann kannst du handeln. Alle die mit den Münzen über dem Kopf, mit denen kannst du handeln. Ja, ja. Siehst du hier, der hat Brecheisen, Schraubenzieher und, oh, mit den Sachen könnte man saugeile Sachen machen. Aber ist mega teuer, da müsstest du hoffenweise auch... Ey, ich verstehe langsam, wie es funktioniert. Also du kannst entweder mit dem Schlüssel probieren, rauszukommen, oder du kannst auch so Sachen zusammenbauen. So, wenn du deine... Ich muss mal etwas ausprobieren. Wieso schlägt denn der mich einfach? Hast du denn eine Pfeile? Ja, wenn du eine hast, ist gut. Ey, mir laufen fünf Bullen nach, toll. Ich habe jetzt etwas... Ich probiere mal schnell was aus. Ja. Hey, du kannst Items auch geben, die du nicht mehr brauchst. Ja, da kriegst du auch Geld dafür. Also wenn du handelst... Aber seine Meinung steigert sich um einiges. Okay. Obwohl du nicht duscht, hat er da eine gute Meinung von dir. Ich würde es dir empfehlen. Ähm. Warte kurz. Ich gebe mal einem eine Batterie... Ah ne, der hat schon 97% Meinungen. Du kannst ihm auch Geld geben, natürlich. Oh, der andere hat Schmuggelwarebeute. Ähm. Jo. Ähm. Okay. Leute. Wir sind aber leider auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Nein. Nein, warum tust du uns das an? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ich hoffe, dass wir bei dem nächsten Part endlich mal ein klein wenig weiterkommen. Und ähm. Ja. Aber Moment. Ich will dem noch... Basta, ey. Oh. Ja, genau. Was wollte ich sagen? Genau. Ja, ja, ja. Ich bin schneller. Oh. Oh, ey, ey, ey. Also. Was er damit sagen will, ist... Wir sehen diesen Part und wir sehen uns beim nächsten Mal. Der nächste Part von... Das geht nicht bis zwei. Bis dann. Yo, haltet die Arschzeit aus heute. Und ciao. Das geht nicht bis zwei.